Apostelgeschichte Kapitel 19, Vers 6 heißt es, Paulus legte ihnen die Hände auf und sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Dieser Sache möchte ich heute wieder etwas mehr nachgehen und dazu lese ich noch einmal den Abschnitt aus Apostelgeschichte Kapitel 19 von Vers 1 bis 7. Apostelgeschichte 19, Vers 1 bis 7 nach einer modernen Übersetzung in heutigem Deutsch. Da heißt es, während Apollos in Korinth war, reiste Paulus durch das kleinasiatische Hochland und kam nach Ephesus. Er traf dort einige Glaubensgenossen und fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist erhalten, als ihr Jesus als Herrn angenommen habt? Sie antworteten, wir haben noch nie etwas von einem Heiligen Geist gehört. Paulus fragte sie, was für eine Taufe habt ihr denn empfangen? Na, die Taufe, die auf Johannes zurückgeht, sagten sie. Daraufhin erklärte ihnen Paulus, Johannes hatte alle getauft, die ein neues Leben anfangen wollten. Aber er hat auch gesagt, sie sollten sich an den halten, der nach ihm kommt, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Wann also wieder Täufer? Paulus legte ihnen die Hände auf und sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie redeten in unbekannten Sprachen und verkündeten Weisungen von Gott. Es waren etwa zwölf Männer. Also besonders möchte ich in diesen Versen heute betonen, wie der Heilige Geist kommt, wer ihn bekommt, was die Voraussetzungen dazu sind. Darüber aber gleich mehr. Ich glaube, viele würden mit mir übereinstimmen, wenn ich sagen würde, wir brauchen einen starken Mann in der Regierung. All die Probleme, denen wir in Wirtschaft und Politik begegnen, würden gelöst werden, wenn wir den richtigen Mann an der Spitze hätten. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Ecuador, Brasilien, den USA und auch in Russland sind viele Menschen mit den Regierungen unzufrieden. Sie üben Kritik, geben Ratschläge und machen Kommentare. Der richtige Mann hat sich scheinbar bisher noch nicht gefunden. Der Mann, der einen Überblick und einen Durchblick hat, der wirklich etwas von den Problemen versteht, der ihre Ursache erkannt hat und der wirksame Lösungen anzubieten hat. Der Mann, der überdurchschnittliches Wissen hat, der außerdem Weisheit besitzt und Autorität. Ein Mann von unbestechlicher Moral und Sauberkeit. Wo ist er? Welches Land hat ihn schon? Welche Partei kann ihn uns anbieten? Nur ein solcher Führer könnte uns wieder zurechtbringen. Er könnte uns aus der Wirtschaftskrise helfen und unsere finanziellen Probleme lösen. Er könnte die Arbeitslosigkeit abschaffen und jedem Wohlstand und Sicherheit garantieren. Er könnte die Umwelt retten, die Rassenprobleme lösen. Er könnte alle Güter gleichmäßig verteilen, sodass keiner Hunger zu leiden brauchte. Und er könnte sogar Frieden schaffen, ohne Waffen. Wo ist diese Person? Wir brauchen sie dringend, wenn unsere Welt nicht untergehen soll. Nun ja, ich kann schon sehen, dass dieser Ruf nach einem starken Mann etwas für sich hat. Er könnte schnell Ordnung schaffen und alles zum Guten wenden. Aber weißt du auch, dass diese Person schon da ist? Nein, nein, ich meine nicht den Antichristen, ich meine den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die Person, die wirklich einen Überblick, einen Weitblick und einen Durchblick hat. Er kennt die Probleme der Menschen, er kennt die Ursachen und weiß die Lösung. Er hat Autorität und ist von einer unübertrefflichen Moral. Er besitzt nicht nur alles Wissen und alle Erkenntnis, sondern er hat auch eine übermenschliche Weisheit. Die Person, die wir zur Lösung aller Probleme brauchen, ist schon da. Nur wird sie von der Mehrzahl der Menschen nicht anerkannt. Man gehorcht nicht seinen Weisungen und Geboten und man vertraut sich seiner Führung nicht an. Man beachtet ihn nicht einmal und nimmt von seiner Gegenwart kaum Notiz. Nur eine kleine Schar von Menschen glaubt an ihn, folgt ihm und lässt sich wirklich von ihm führen. Oftmals belächelt, angegriffen oder verfolgt, suchen sie der Welt Bestes und Gottes Ehre. Die meisten Menschen jedoch widerstreben dem Heiligen Geist, sie erkennen ihn nicht an und belächeln ihn. Darum sieht es auf unserer Welt so aus, wie es aussieht. Darum herrscht Korruption, Ungerechtigkeit, Hass, Wettrüsten, Hunger, Egoismus, Krieg und Ausbeutung. Der Heilige Geist ist der richtige Führer für uns, aber er zwingt uns nicht mit Gewalt, ihm zu folgen. Er könnte es tun, aber er lässt uns die Freiheit. Er führt nur die, die sich von ihm führen lassen wollen. Und unser Dilemma ist, dass sich nur wenige von ihm führen lassen wollen. Der Heilige Geist führt die Menschen. Aber er führt sie individuell und von innen heraus, nicht von außen. Wer vom Heiligen Geist geführt werden will, der muss ihn zuerst in seinem Herzen haben. Wie bekommt man aber den Heiligen Geist? Auf diese Frage möchte ich näher eingehen, zumal auch unser Bibeltext aus Apostelgeschichte 19 sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen scheint. Du erinnerst dich noch, da waren die zwölf Männer in Ephesus, die an Jesus gläubig geworden waren und die mit der Taufe des Johannes getauft worden waren. Als Paulus sie sah, fragte er sie, ob sie auch den Heiligen Geist bekommen hätten. Sie konnten weder Ja noch Nein sagen, sie wussten es einfach nicht. Daraufhin ließen sie sich noch einmal taufen, jetzt aber auf den Namen Jesu. Dann legte Paulus ihnen die Hände auf und schließlich begannen sie in anderen Sprachen zu reden. Offensichtlich hatten sie jetzt den Heiligen Geist bekommen. Trotzdem dürfen wir uns hier nicht täuschen lassen. Wir stellen uns noch einmal die Frage, wie bekommt man den Heiligen Geist? Um allem Irrtum vorzubeugen, möchte ich zuerst einmal erklären, wie man den Heiligen Geist nicht bekommt. Die Antwort ist einfach, wenn auch zunächst unverständlich. Wenn ich sage, man bekommt den Heiligen Geist nicht durch die Taufe, nicht durch Handauflegung und nicht durch das Reden in anderen Sprachen. Vielleicht möchtest du widersprechen, weil es doch im gelesenen Text ganz deutlich so auszusehen scheint, als ob die zwölf Männer in Ephesus gerade durch die Taufe und die Handauflegung den Heiligen Geist bekommen hätten. Aber das kann gar nicht sein und ich will dir auch erklären, warum nicht. Erstens, damit du oder ich oder sonst irgendein Mensch den Heiligen Geist bekommen kann, sind innere Voraussetzungen nötig und nicht äußere. Wenn das Herz der Menschen nicht bereit ist, den Heiligen Geist anzunehmen, kannst du mit ihnen machen, was du willst. Du kannst ihn unter Wasser halten, du kannst ihm die Hände auflegen, du kannst über ihn beten oder ihm unverständliche Reden beibringen, es wird nichts geschehen. Der Heilige Geist kommt nicht durch Zeremonien und äußere Handlungen zu einem Menschen. Ich sage damit nicht, dass Taufe und Handauflegung Unsinn seien. Oh nein, sie haben sicher ihren Platz und ihre Bedeutung. Jedoch können sie nicht bewirken, dass Menschen nun dem Heiligen Geist gehorsam werden. Zweitens, man bekommt den Heiligen Geist nicht durch die Taufe und nicht durch Handauflegung, weil kein Mensch die Macht hat, über den Heiligen Geist zu verfügen. Paulus hatte nicht die Macht, den Menschen seiner Zeit den Heiligen Geist zu geben und wir haben es heute auch nicht. Wir können wohl wünschen, dass dieser und jener unserer Bekannten und Freunde auch den Heiligen Geist bekäme. Wir können auch dafür beten, die Leute einladen und bitten, den Heiligen Geist anzunehmen. Aber wir können niemandem den Heiligen Geist geben. Nicht, indem wir ihn ins Wasser tauchen und nicht, indem wir ihm die Hände auflegen. Drittens, der Heilige Geist ist eine Persönlichkeit und keine unbestimmte Kraft oder Einfluss. Der Heilige Geist kann selber denken, wollen, handeln, entscheiden. Er muss nicht durch Zeremonien übertragen werden, sondern er weiß selber, wann er in einem Menschen einkehren kann und wann nicht. Dann sagst du vielleicht, okay, und wenn ich den Heiligen Geist nicht durch die Taufe und nicht durch Handauflegung empfangen kann, wie bekomme ich ihn dann? Ja, das ist eine gute Frage. Hoffentlich ist sie bei dir nicht nur rhetorisch gestellt, sondern aus dem wirklichen Wunsch und Verlangen, dem guten Heiligen Geist Gottes zu folgen. Die Voraussetzungen, um den Heiligen Geist zu bekommen, sind folgende. Erstens, man muss erst einmal erkennen, dass man ihn noch nicht hat. Manchem Hörer mag diese Einsicht gar nicht schwerfallen. Er hat noch nie etwas um den Heiligen Geist gegeben und wollte ihn auch gar nicht haben. Aber manchen Menschen fällt es sicher sehr schwer einzusehen, dass sie noch ohne den Heiligen Geist leben. Es mag besonders die guten, frommen Menschen betreffen, die immer versucht haben, das Richtige zu tun, die immer Gott gehorchen wollten, die gute Werke tun wollten und die sich bemühten, gute Christen zu sein. Man kann auch ziemlich viel ohne den Heiligen Geist machen, das sehen wir immer wieder. Aber trotzdem fehlt das Entscheidende. Also, wer den Heiligen Geist haben möchte, der muss zuerst einmal erkennen und zugeben, dass er ihn noch nicht hat. Ich glaube auch, dass das bei den zwölf Männern in Ephesus der Fall war. Sie glaubten an Jesus, aber sie wussten nichts vom Heiligen Geist und sie gaben es ehrlich zu. Zweitens, man muss den Heiligen Geist auch haben wollen. Ha, das ist gar nicht so selbstverständlich. Es hat nämlich zwei Seiten, wenn man den Heiligen Geist akzeptiert. Einmal bringt er uns sicher Segen, Gewissheit, Freude, den wahren Glauben und Erkenntnis Gottes. Er bringt uns Gaben und Frucht. Und wer möchte das nicht haben? Zum anderen kommt er aber auch als Herr in unser Leben. Er erwartet Gehorsam, Dienst, Anerkennung und Ehrerbietung. Und da fängt das Problem bei vielen an. Sie wissen nicht, ob sie sich ihm wirklich bedingungslos anvertrauen wollen, ob sie ihm wirklich in allem gehorchen wollen. Manchen Menschen widerstrebt der Gedanke, dem Heiligen Geist die ganze Führung ihres Lebens zu überlassen. Sie wollen sich etliche Entscheidungen selbst vorbehalten. Oder sie fürchten sich und haben Angst, der Heilige Geist könnte sie führen, wohin sie nicht wollen. Er könnte ihnen einen Auftrag geben, den sie nicht ausführen wollen oder können. Solange da noch Gefühlsrückhalte im Herzen eines Menschen sind, kommt der Heilige Geist nicht. Du musst erst ganz sicher sein, du möchtest ihn wirklich in deinem Leben haben, als Herrn, ohne Einschränkung und ohne Wenn und Aber. Drittens, man bekommt den Heiligen Geist, indem man ihn einlädt. Bei vielen Menschen entbrennt ein Kampf in ihren Herzen, wenn sie von den Ansprüchen des Heiligen Geistes erfahren. Es gibt dann einen Konflikt. Da sind Stimmen, die einen ermutigen, sich dem Heiligen Geist und seiner Führung bedingungslos anzuvertrauen. Aber da sind auch eine Menge Bedenken, Fragen und Zweifel. Dieser innere Kampf muss erst ausgefochten werden. Natürlich dauert er bei einigen Menschen länger, bei anderen ist er schneller überstanden. Aber wenn der Mensch sich durchgerungen hat, dann sollte er es auch Gott mitteilen und dann sollte er im Gebet den Heiligen Geist selbst einladen, der Herr in seinem Leben zu sein und bei ihm zu wohnen. Gottes Geist kommt nicht uneingeladen oder gar mit Gewalt. Er wartet, bis der Mensch bereit ist und ihm die Türe öffnet. Viertens, man bekommt den Heiligen Geist, indem man ihn im Glauben annimmt. Ich kenne Menschen, die können es einfach nicht glauben, dass der Heilige Geist in ihnen wohnt. Sie möchten ihn gerne bei sich haben. Sie haben ihn auch gebeten zu kommen, aber sie können es nicht glauben, dass er nun wirklich da ist. Im Christentum geht vieles nur im Glauben. Durch den Glauben wissen wir, dass Gott existiert, dass Jesus uns erlöst hat, dass unsere Sünden vergeben sind, dass Gottes Sohn wiederkommen wird, um die Welt zu richten. Nur durch den Glauben wissen wir auch, dass Gottes Geist in uns wohnt. Immer wieder sucht der Mensch noch nach anderen Beweisen und Zeichen, die seinem Glauben aufhelfen. Das geschieht besonders auch in dieser Frage nach dem Heiligen Geist. So schauen eben manche nach unerklärlichen Erscheinungen, wie das Zungenreden oder nach übernatürlichen Kräften in ihrem Leben aus und nehmen das als Beweis dafür, dass sie den Heiligen Geist haben. Nein, wir bekommen den Heiligen Geist, wenn wir ohne zu fühlen, ohne etwas zu sehen, ohne Beweise, einfach der Verheißung Gottes glauben. Der Heilige Geist ist der Führer, den du brauchst. Er ist die Person, die unsere persönlichen und kollektiven Probleme lösen kann. Zögere bitte nicht, dich ihm anzuvertrauen. Wir beten noch. Herr, so viele Menschen leben noch ohne die Führung, den Trost und den Beistand des Heiligen Geistes. Einige wollen ihn nicht, andere sind sich nicht sicher. Hilf bitte, dass ein jeder klar versteht, ob er schon deinen Heiligen Geist in seinem Leben hat und wenn nicht, so mache du ihm bitte deutlich, wie er ihn bekommen kann. Amen.